Hallo und willkommen zurück zu, ich wollte schon sagen 7 days to die, nein, unturned. Wir haben beschlossen, dass wir uns hier in der Gas Station niederlassen wollen. Und Yuki will jetzt nur ein kleines Bäumchen für uns hacken. Ich mach dir Licht, bzw. du hast ja selbst Mut, um dir Licht zu machen. Aber ich guck mir das mal an, wie das mit dem Bäumehacken hier funktioniert. Immer noch dieses maanische Grinsen. Oh, da ist er weg. Ich hab keinen Platz momentan. Da sind noch Locks. Wir brauchen wahrscheinlich ne Säge, oder? Hab ich. Ich hab ne Säge, ich hab ne Spitzhacke. Und da es mit der Feuerachse geht, kann ich die andere Achse jetzt mal droppen. Ich hab uns hier schon mal einen Scheinwerfer aufgestellt, der wird aber erst funktionieren, wenn wir Strom haben, schätze ich. Und ne Leiter, wir können uns auch aufs Dach bauen. So, jetzt hab ich vier Boards. Ich hab auch noch zwei, brauchst du? Aus zwei Boards mach ich eine Wooden Plate. Ich kann dir auch Wooden Blades herstellen. Braucht man keine Dingens dazu. Ah, das ist für Stamina. Gut, die Adrenalinspritze. Ich geh mich noch mal ein bisschen umgucken, ob noch irgendwas gespawnt ist, was nützlich ist. Jetzt hab ich ne Wooden Frame. Oder Licht die Wooden Plate. No Space. Hier ist nichts Neues. Die Frage ist, muss man das alte wegnehmen damit was Neues spawnen? Wie kann ich mir einen Schlafsack craften? Ihr wisst das wahrscheinlich längst. Wir sind immer noch in der gleichen Aufnahmesession. Das heißt, ich hatte noch nicht wirklich Zeit, das nachzusehen. Hm. Das ist nicht. Ich dachte, da bewegt sich was. Oh, das rollt aber ganz schön weit. Schwierig. So. Nichts. 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 Ich hätte es sich vielleicht mal im Wiki ein wenig inspirieren lassen können. Das wär möglich gewesen. Ich suche noch Shells. Für meine Tonne. Hast du nicht nen Hammer? Äh, ja. Und Nägel? Also ich hab... Moment doch, ich hab nen... Ne, ich hab nur nen Hammer, keine Nägel. Ich kann aber gucken, ob ich welche finde. Rotes Licht. Ich glaub, ich renne hier über nen Kreis. Ah, Sticky's Wooten Support. Was? Ein Pornschuh. Fassbotschläger gibt's hier reichlich. Hm, roten Kross. Also ich glaub, es gibt hier keinen Handwerksladen oder hab ich den übersehen? Ich glaub, ich hab zu wenig von diesen Platten. Da bestimmt. Normaler Store. Ne, Schrauben oder Muttern, was auch immer das ist. Hier, Bartnägel. Ich hab einen Egel ohne noch nen Hammer gefunden. Ich hab auch noch nen Stick. Oh, das sieht aber komisch aus. Oh, Wooten Pillar. Wooten Support und Board. Das klingt aber eher nach nem Haus bauen und nicht nach ner Kiste bauen, oder? Das stimmt. Das stimmt. Das wäre jetzt auch nicht so traurig. Das wäre so tragisch, wenn wir jetzt keine Kiste hätten. Jetzt habe ich aber einen ganzen Stapel Holz. Schwierig. Aber interessant. Das zuckelt auch irgendwie ganz komisch, wenn das so ineinander liegt. Wie sieht es eigentlich mit deinem Essen und Trinken aus? Ist noch alles fit? 52% Futter, 63% Wasser. Ich habe noch eine Cola. Und einen Apfelsaft. Raw Bacon. Die Waffe sieht auch ziemlich cool aus, oder? Was ist das für eine? Eine Novo. Chambered in Shells steht da. So, Components. Und... Yuki guckt gerade mal nach, wie das mit dem Baum funktionieren soll. Ich könnte noch Holz holen gehen, wenn du noch brauchst. Das wäre eine gute Idee. Warte, ich nehme hier gerade die normale Axt. Erstmal muss ich die Taschen nehmen, sonst finde ich nämlich keinen Baum. Was? Zwei Wooden Frame und drei Wooden Cross. Für Crate. Und... Ein Crate und drei Wooden Cross für ein Chest. Ach du Scheiße. Ich hoffe die Bäume wachsen wieder nach. Ich dachte gerade die Zapfsäule wären ein Zombie. Äh, wo sie es jetzt hin? Ich crafte dir mal... Was noch? Boah, das ist genau. Äh, warum geht das nicht? Crafting Level 1? Brauchst du dafür Skills? Anscheinend. Oh. Da braucht man 50 Punkte für. Mhm. Hab ich aber nicht, hab nur 31. Hab nur noch 16. Hm. Ich bin jetzt müssen wir das wohl leider echt verschieben. Okay, dann vertragen wir das jetzt erstmal. Wir brauchen erstmal nochmal was zu trinken und zu essen. Genau. Dann sollten wir uns mal in unsere Karre setzen, wo auch immer die steht und vielleicht echt noch diese Wasserflasche finden, das wäre cool. Briefification Tabletten, das ist schon mal was wert. Ich muss mal gerade was essen. Ach, ich habe da noch Mist dabei. So, ein riesen Durcheinander hier hinterlassen. Genau. Ich hoffe, eine Unordnung hinterlassen, so wie es gehört. Dieses wahnsinnige Lächeln, das irritiert mich wirklich. Hehehehe. Ich glaube, es sponnt nichts Neues, weil man die alten Sachen nicht wegnimmt. Gehen wir mal zu unserem Auto. Ich sehe da hinten Licht. Dinner, gehen wir mal noch rein. Vielleicht ist da was. Zwift Magazine, oder? Vielleicht ist hier nochmal was gespawnt. Nee. Kommst du? Bin unterwegs. Das kann man irgendwie ernten, aber ich weiß nicht, was das ist. Oh, eine Karotte. Ich habe keinen Platz für das. Willst du eine Karotte? Meins. So, meins. Kann man aus einer Fresh-Karotte mehr Samen herstellen? Nö. Zombie! Doch, zwei. Ja, lass mich doch hier mit dem Zombie und du pflanz Karotten an. So kennt man das. So kennt man das. Das Luft Magazine. In der Nacht, das wird auch abenteuerlich. Nur die Karte. Ach, das geht schon. Folgen Sie der Straße, falls Sie die Straße sehen können. Dann bitte rechts. In der Mitte rechts? Ne, 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 ne. Stopp, 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 zurück. Jetzt, du, weiter. Nicht in die Stadtreihen, sondern in der Straße vor. Stimmt, wir wollten ja ins Militärlager, ja. Ne, das Militärlager ist ganz oben im Norden. Okay, ist egal. Irgendwo hin, auf jeden Fall. Ich fahre, du sagst wo hin. Ich fange jetzt einfach mal durch die Straße, dann müssen wir nach Montago kommen. Ah, da ist was. Ich steck mal aus, weil es auch ein bisschen so. Hey, Chef. Oh, da krabbelt was. Ich muss mir angewöhnen, weiter weg zu parken. Oh, ist da eine Bandage. Zoom-Scope. Also, ein Zoom-Aufsatz für eine Waffe. Fernrohr, könnte man es auch nennen. Ach, das ist ein Sonsack. Oh Gott, ich sterbe. Warum auch immer. Ich habe 100 Radiation. Ähm, jo. Jo. Kann nichts dagegen tun, was soll ich tun? Ich sterbe dann. Jo. Jo, Krankheit. Oh, nein. Ich glaube, ich bin nicht in deiner Nähe. Ja, ich musste glaube ich auch 3-4 Mal sterben. Ich habe noch 3 Sekunden bis zum Sui-Seid. Jetzt. Ich bin jetzt glaube ich genau wie der... Hä? Hier bin ich schon mal gestorben. Oh, das ist die Brücke, die kaputte. Irgendwie ist mein Spiel ein bisschen farblos. Ich bin... Ja, dann stoppst du gleich. Ja, ich muss mich unbedingt mal heilen. Das Problem ist nur... Ich bin in der Hafenstadt von eben. Ich weiß, dass hier irgendwo... Ah, ich sehe deinen Namen. Warte, ich glaube ich steige mal ins Auto und komme dich abholen, ne? Ja, ich habe Zombies im Eimer. Wir waren doch noch irgendwo in Katana. So, Kumpels. Ich kann auch gucken, ob eins der Autos noch fährt und kommt zu dir. Da ist eine Spitzhacke gespawnt. Nägel. Also, wie, jetzt kommst du zu mir oder soll ich zu dir kommen? Ich bin schon unterwegs zu dir. Bin gleich da. Ich bin nackt und einsam. Komm, du grinst doch nur so schelmig, weil ich nackt bin. Ja. Fahr mich zu meinen Not. Soviel zu meinen schönen Erfahrungsgruppen. Ich glaube, wir werden mal noch zum Loot zurückfahren und dann auch diese Folge beenden, weil wir sind schon wieder bei 20.000. Aber manche Sachen will ich jetzt noch haben. Überfahr hin, überfahr hin. Ja. Ich brauche erst meinen Rucksack. Hier liegt ja noch alles. Hier liegt ja noch alles. Kannst du nicht sagen? Oh. Richtig. Gut. Gut, also wir wissen auf jeden Fall, dass wir jetzt fürs nächste Mal direkt im Bauen skillen. Ja, besser als das. Und, ähm, ein Poncho. Ja, äh, die Bauaktionen werden wir dann aber auf die nächste Folge verschieben. Und, ähm, wenn es euch gefallen hat, lasst uns wie immer Kommentare da, einen Daumen hoch und schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dahin! Tschüss!